Wollt ihr mich verarschen? Das hab ich doch schon! Hä? Warum ist jetzt das wieder aktiv? Und damit... Moin, moin und hallo! Warum sag ich eigentlich immer... Aber das hab ich ja sowieso rausgeschnitten. Ähm, wir sind immer noch bei... Dem hin und wieder ruckelnden Spiel. Uah. Okay, mit der Kamera kann ich sie mehr oder weniger sehen. So. Beziehungsweise... Äh, nee. Wo muss sie hin? Sie muss nach unten, oder? Komm, geh mal da runter. Ein Deck tiefer. Mit der Kamera müsste ich sehen können. Ja, da oben ist leer. Kann man im Hintergrund mal wegmachen. Und dann komm einmal hier runter. Looks. Da kann ich sie sehen. Wupp. Okay, den hier können wir mal... klein stellen. Läuft das Spiel, glaub ich, auch besser mit kleineren Fenstern. Weiß ich nicht. Aber dann sieht man natürlich nicht mehr so viel. So. Da hinten geht eine Leiter nach oben. Aber das bringt nichts. Äh, wo ist die Luke? Da ist die Luke. Das heißt, ähm... Das hier? Das hier? Gebietswechsel-Schalter für die Luke? Ich hoffe doch. Ähm. Mit der Kamera kann ich das nicht sehen. Mit der irgendwie auch nicht, wo sie jetzt hinläuft. Okay. Wo ist Lea? Da soll sie hin, zur Luke. Da. Weiß nicht, was das ist. Irgendwie geht sie da auch wieder hin. Was ist das? Okay. Nö. Wenn, dann soll sie da hin. Keine Ahnung, was das ist. Sieht auch irgendwie kaputt aus. So. Huh. Ich atme ins Mikrofon. Das tut mir jetzt leid. Das wollte ich nicht. Irgendwie hat sie das Mikrofon auch ein bisschen. Ja. Ich hoffe, dahinter geht es zu den Tanks. Kamera 3 sieht nichts mehr. Aber hier. Na? Passt der Schlüssel? Ich hoffe doch. Sie ist verschlossen, so ein Pech. Kannst du sie über die Gebietskarte öffnen? Hä? Du hast einen Schlüssel, Bitch. Warte mal, vielleicht habe ich den Schlüssel. Ach nee. Du stehst übrigens außerhalb der Karte gerade bei mir. CT 06T. Ja. Das ist der richtige. Ach, was habe ich denn gesagt? Steh doch drauf da oben. Lass mich den Gebietswechselschalter betätigen, bevor wir runtergehen. Ja, mach mal. Doch bloß, der ist da hinten. Echt jetzt? Warum ist der da hinten? Was bringt denn das? Warum ist der Schalter denn da hinten? Ach. Immerhin sind die Hunde glücklich. Nom, 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 nom. Und... Klick. Jo. Ich würde mal sagen, da sind wir doch in der letzten Folge nicht so weit gekommen. Aber immerhin haben wir die Hunde abgelenkt. Okay. Da hinten ist eine, zwei Kameras habe ich hier. Wow. Okay, wo bin ich denn hier? Was zum F? Und eine zweite Kamera. Da ist leer. Da. Okay, da geht's also nach oben. Aber hier oben geht's nicht weiter. Oder? Nö. Sieht kaputt aus. Äh. Da ist eine Tür. Wobei, ich kann sie da irgendwie hinlocken. Was soll man das bringen? Das Wasser ist überall reingesickert. Glücklicherweise sind die Tanks nicht geflutet. Ich hoffe, wir finden eine Tauchzelle, die noch funktioniert. Okay. Das heißt also tatsächlich mal die... Mal hier hinlocken. Komm mal rüber. Mädel. So, hier habe ich komischerweise über 60 Frames pro Sekunde. Den Haufen an Müll da, da kann man wahrscheinlich nichts durchsuchen. Nö. In der Karte sieht das auch viel geordneter aus. Hör auf zu ruckeln, Spiel. Und dann einmal zu der Tür da, bitte. Ja. Ich kann die nicht öffnen. Doch, da. Wow. Leute, ehrlich? Da kann ich sie öffnen und da nicht? Also echt. Bup. So. Okay. Zufällig hängt da ein Terminal. Hat sie ein Glück. Tipp, 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 tipp. Tipp, 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 tipp. Tipp, 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 tipp. Ziele. So. Äh, was? HO in der Hintergrund der Zertusskammer freisetzen. Habe ich doch schon. Hä? Habe ich doch schon. Schlüssel zur Einfahrtschleuse finden. Luke öffnen. Das HO habe ich doch frei... Wollt ihr mich verarschen? Das habe ich doch schon. Hä? Warum ist jetzt das wieder aktiv? Zugang zu den Tanks verschaffen ist jetzt das neue Ziel. Schlüssel zur Einfahrtschleuse finden. Luke öffnen. Ja. Keine Ahnung warum. Ja. Warum auch immer. Frag mich nicht. Oh, guck mal. Ein Legostein. Ich meine natürlich ein... Komischer... Boah. Okay, das Schiff ist da oben irgendwie. Sieht das offen aus. Sieht aus wie... Eine Hütte. Hey! Hallo! Ist da jemand? Was? Psst, psst, psst. Kein Geräusch. Ruhe. Die Monster gehen um. Wenn sie dieses Versteck finden, sind wir erledigt. Durchgekaut und ausgespuckt. Gemeine Biester. Mhm. Mhm. 34 Jahre, 411 Monate, 12.216 Tage. Allein. Ganz allein. Wie bitte? 34 Jahre? 34 Jahre? Nicht weniger, meine Kleine. Ich weiß, wie man zählt. Wie ist das möglich? Ich müsste gealtert sein. Ich sollte verhungert sein. Und wer... Wer sind Sie? Ich bin der befehlshabende Offizier dieses Schiffes. Es ist meins. Alles, was ihr lebt, hört auf mein Kommando. Und Sie auch. Sie müssen mir gehorchen. Antworten Sie mir. Was haben Sie mit unseren Hunden gemacht? Haben Sie sie vergiftet? Miststück. Nein. Ganz und gar nicht ich. Psst, psst. Sie wissen nicht, was ihr erwartet. Monster überall. Keine Zeit zu schlafen. Sie bemerken auch die kleinste Schwäche. Wir müssen sie loswerden. Da. Da oben auf dem Schacht. Das Vogelnest. Ein Ei. Es wird schlüpfen. Ein neues, kleines Monster. Bringen Sie es mir. Wir werden Sie belohnen. Ich kann es selbst nicht holen. Höhenangst. Sie wollen, dass ich Ihnen ein Ei besorge, mir nicht? Schnell, schnell. Ich will das Ei. Dann los. Es wird schnell gehen. Okay. Was für eine merkwürdige Person. Und woher kennt ihr meinen Namen? Komische Missionen, ein Ei zu besorgen. Naja, wieso nicht? Eine Möglichkeit, sich einen Freund zu machen. Okay, wo gehst du jetzt hin? Aktualisiere die Ziele. Zeig mir den Weg zu den Schächten. Du findest sie auf der Schiffskarte im gemeinsamen Ordner. Ah, da. Vogelei finden. Komischerweise ist HO in der Inhalationskammer freisetzen immer noch nicht als erledigt markiert. Hat Schächte. Also, Moment, was? Das Ei, das ich dem Eremiten bringen soll, befindet sich an der Spitze des Schachts am Schiffsheck. Ja. Das Ei, das ich dem Eremiten bringen soll, befindet sich an der Spitze des Schachts am Schiffsheck. Ja, das weiß ich. Sag mal doch mal was anderes. Doch, ich habe dich gehört. Ich kann dir nur derzeit keine andere Lösung anbieten. Ah, blöde Kuh. Dann geh halt da längs. Hier lang. Hier lang. Und? Haben Sie die Eier bekommen? Der Eremit hat mich auf eine Mission geschickt und mir eine Belohnung versprochen. Wir sollten ihn nicht warten lassen. Er könnte seine Meinung ändern. Was? Warum kann ich denn nicht da längs gehen? Ah, Menno. Kann sie wenigstens da reingehen? Nö, scheinbar nicht. Kann sie da reingehen? Nö, sieht sie auch nicht. Ah. Können wir da durchgehen? Oder meckert der dann wieder? Okay, also irgendwas sollen wir für den Typen machen. Wer hat denn das dran gesoomt? Also irgendein Schacht. Keine Ahnung. Müssen wir jetzt wieder zurück? Äh. Oder ist das hier die Treppe mit dem Gebietswechselschalter, wo es hier nach oben geht? Ja, gut. Irgendein Schacht irgendwo am Schiff. Ja. Gut. Schauen wir mal. Auf zum Poop-Axt. Ah, diese Action-Musik immer. Ich denke immer, da passiert was. Okay, also. Wo sind irgendwelche Schächte? Ähm. Komm, Lea, hilf mir mal. Okay. Hier soll man irgendwo ein Ei finden? Da ist kein Ei, oder? Geh mal da hin. Äh. Ich will einfach nur mal gucken. Ich weiß gar nicht, wo das Ei ist. Oder müssen wir da rauf? Hier quasi die Leiter hoch. Da ist nix, oder? Nö. Was ist da? Da ist auch kein Ei, oder? Nö. Kannst du da mal hingehen? Hallo? Lea? Dreh dich. Da hin. Da drüben hin. Hallo. Ja, da hin. Wirks. Weil hier hinten sehe ich jetzt nix. Aber da geht sie auch nicht rauf. Hier unten kann ich sonst nichts anwählen, damit sie irgendwo hingeht. Na gut. Irgendwie müssen sich die Vögel verschwöchen lassen. Konsultiere die Karte und die Objekte darauf. Seht sie hier links? Nö, sie bleibt hier unten, oder? Aber ich sehe doch keine Vögel irgendwo. Wo sind denn hier Vögel? Von denen sie da quatscht. Also, sie geht nicht rauf. Also muss ich irgendwas unten machen. Hallo, Lea? Drehst du dich auch irgendwo mal um? Hallo? Hängt sie jetzt auf der Treppe fest, oder was ist los? Ach, nö. Okay, doch. Sie bewegt sich. Oder nicht? Nein. Ähm. Habe ich Lea schon wieder aufgehängt? Toll. Ich habe Lea schon wieder kaputt gemacht. Ah. Mal sehen. Nein, das ist eine Funkanlage. Das sind irgendwelche Lichter. Da ist eine Kamera. Was ist denn das hier? Oh. Moment. Sind das die Vögel? Von der geredet wurde? Sieht aus wie ein Nest. Okay. Dann können wir vielleicht... Wenn das nicht so ruckeln würde. Hier. Okay. Das funktioniert also. Ähm. Sind das die Vögel, die ich verscheuchen soll? Also habe ich die jetzt verscheucht oder habe ich die jetzt angelockt mit dem Geräusch? Hm. Okay. Ich weiß nur nicht genau, wo, ähm... Lea hängt da fest. Ja. Super. Das heißt... Okay. Wir müssen nochmal laden. Ähm. Ja. Wir müssen nochmal laden. Irgendwie hängt Lea an der Treppe fest und bewegt sich kein Schritt. Und ich habe auch nicht gesehen, wo die Vögel sonst sein sollen. So. Haben wir jetzt schon die Mission? Ziele? Voguelei finden. Ja. Gebiets Wechselschalter. Komm. Hör auf zu rotieren. Krasse, dass dieses Autorotieren der Kameras... Das will ich nicht. Ich habe das in der Option deaktiviert. Aber das Spiel aktiviert es immer wieder. Oh. Äh. Ja. Und bevor wir Vogeleier finden, ist diese Folge auch schon wieder zu Ende. Das heißt, favorisieren, abonnieren, liken und so weiter und so fort. Könnt ihr, äh, machen. Und wir sehen uns dann... Wir sehen uns dann bei einer anderen Folge wieder. Das heißt, äh, wer das... Wer abonniert hat, der vergisst nicht. Drückt die Glocke. Ich sage tschüss. Tschüss. Wir sehen uns dann bei einer anderen Folge wieder.